hallo zusammen freut mich dass ihr wieder dabei seid hier bei mir und ich habe eine ganz ganz wichtige info für euch bleibt also dran wenn ihr mehr erfahren wollt was es mit diesem buch im hintergrund auf sich hat bleibt dran ihr werdet es gleich sehen nach dem intro hat sich materialisiert es ist für führungskräfte greifbar für manager greifbar für leute die mit leidenschaft führen wollen könnt ihr dieses buch bestellen wenn ich das schon gemacht habt und als ebook runtergeladen hat in diesem buch geht es um die frage wie wir mehr präsenz und essenz in der führung auf allen stufen des managements generieren können wie wir mit mehr leidenschaft mit mehr klarheit und mit mehr umsetzung ziele mit unserem team mit unserer abteilung mit unserem unternehmen erreichen können also wer interesse hat neue informationen neue inputs und anregungen zu bekommen aus der praxis nicht theorie sondern wirklich aus der praxis für die praxis wer interesse hat meine erfahrung aus 20 jahren sicherheitsnotfall und krisenmanagement kombiniert mit leadership zu betrachten und sich selbst zu reflektieren der ist herzlich willkommen dieses buch zu bestellen und das könnt ihr natürlich auch bei jedem buchhandel lokal machen ihr könnt es aber auch im internet bestellen auf meiner webseite bei springer oder bei amazon oder wo auch immer ihr eure zugänge und eure kanäle habt in diesem sinne toi 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 bis zum nächsten mal tschüss und bis bald